WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hartmann? Dieser Idiot! Halt sich den Mund. Er hat seine Pflicht getan, wie wir vorhin. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Sie reißen sich zusammen, Schröder. Mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt?